Severin Freund, der erste Handschlag hier, wir haben uns ja gar nicht so persönlich gesehen, ist gleich die Gratulation. Könnte man sagen, nach der Operation, man könnte immer eine Pause machen, um gleich mal zu gewinnen, das wäre zu einfach, oder? Ja, das wäre definitiv zu einfach. Da kommt vieles hinzu und dann natürlich auch das richtige Glück, dass es aufgeht. Es war auf jeden Fall richtig, dass ich mir im Sommer die Zeit genommen habe und nicht sofort wieder irgendwie anfangen habe zu springen, sondern wirklich von Grund auf aufgebaut habe und dann zu dem Zeitpunkt, wo ich mir wirklich 100% sicher war, dass das alles passt, angefangen habe zu springen. Und bis jetzt ist es sensationell aufgegangen und man kann schon sagen, das Ding fühlt sich ziemlich gut an. Ja, es ist auch das erste Mal, oder? Und ich nehme an, du willst es so lange wie möglich auch tragen, oder? Das auf alle Fälle, aber gut, wir haben jetzt einen Weltcup rum. Es war ein wahnsinnig schöner Einstand und jetzt muss man mal schauen, wie es weitergeht. Ich werde auf jeden Fall die Form hoffentlich ausnutzen. Ich weiß, dass ich gut drauf bin und deswegen werde ich mit Genuss springen. Ja, und dass die große Chance auch kannst, hast du ja an Klingenteil bewiesen, hast ja dort auch gewonnen und die große magst du auch, oder? Ja, war zweiter letztes Jahr hier und da war ich auf der kleinen nicht wirklich gut. Da habe ich noch eine Rechnung aufgehabt, die habe ich heute beglichen und dann freuen wir uns auf morgen. Machst du morgen den ersten? Okay, also alles Gute, wir müssen abbrechen. Ja.